ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, da sind wir gerade in meinen Weiden, weil wir bis jetzt 1000 sind zum Aufnehmen. Voll geil, gell? Es ist nur einer, der aufnimmt. Hey! Ja, stimmt, nur mich nicht auf. Soll ich zurückgehen? Komm mal auf, frisch. Kannst du, wenn du wärst. Nein. Wird noch länger. Das Crap. So, schimm mal den Schweizerdeutsch zurück. Ich weiss. Frau Uli Abstand, OP. Ja, ja. Siehst du, ich bin im Stress. Einfach OP, Alter, OP. Nee, Fabo. Weisst du was, ich bete dich eine Runde an. Ja. Alter, wie der tanzt. Ich tanze immer besser. Ah, das ist falsch. Alter. Warte, ich bete dich noch ein bisschen an. Hey, Pater. Du bist wieder das geilste. Ah, nein. Oh, hey, Pater. Also, probieren. Hey, Pater. Okay. Warte, die längere Zapp von dir hat. Ja, OP, gell? Die nimmt es eigentlich in die Gate-Linie. Nein. Okay, Bot-Lin fehlt. Bot-Lin. Bot-Lin. AFK. Nein, Bot-Lin kommt. Bot-Lin ist... Er hat aber schon... Was? 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 Das hat er gesagt. Die hat mich getroffen. Nein, 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 nein. Die hätte ich nicht getroffen. Bist du bereit für ihn? Ja, ja. Ich bin bereit für ihn. Oh, knapp der Name. Dead Hook. OP. Ah, jetzt ist einer verpasst. Ja, schon mehr als einer verpasst. Weil jetzt auch ein bisschen Thrasch hat die Dings. Sivir. Sivir. Pass auf. Sivir. Oh, komm. Der kann dir immer Seelen rüber. Das ist meins. Ich kann nichts bekommen. Was hättest du bekommen? Was hättest du bekommen? Was hättest du bekommen? Schrauben? Nein, so etwas... Du musst... Du musst Strom... Du musst Strom... Weisst? Du bist Strom-Motiver. Er hat gesehen, was ich gebrannt habe? Wombo-Kombo. Er hat gesehen? Das war gut, der Hook. Das war gut. Wombo-Kombo. Aber leider muss ich gegen sie sein werden. Ja, ja, sie hat noch keinen Stun. Äh, keinen Stun mehr. Kein Stun mehr. Kein Stun, ja. Oh, fuck. Hat sie das Flash benutzt? Ja. Die hat Flash und Heal. Oh! Uri! Bad. Ja, ja. Ich meine, ich habe ein Blanc. Loll! Die hat die Schild! Loll! Die hat die Schild! Loll! Die hat die Schild gemacht! Die hat die Schild gemacht! Die hat die Schild gemacht! Oh, Up-Fro! Ja, ja. Da! Die! Ja, sorry, ich bin ein Zeitpunkt. Was hättest du? Ja, sie ist hier! Ja, Mann! Nice, guter Job! Danke. Ich bin halt der Hook. Huck-Fro, weisst du? Ja, ja. Deine Hooks sind OP. Huck! Huck! Wenn ich sie jetzt auch falsch schreibe, ich bin in Englisch Pro. Loll! Das Hook! Ich wollte knapp so neben der Tür, weisst du? Ja. Ja, wow! Der Last-Titel hat auch funktioniert. Hm. Hast du gesehen? Er hat sie gelichtet genommen, also funktioniert. Also checkt den Kopf sie wahrscheinlich. Du mal da warten. Jetzt geht's. Ja, ich habe Bar geschmeißen. Ja, ich habe Bar geschmeißen. Schöne ich bin nicht schwind worden. Nein! Ha! Haben wir jetzt Double War gemacht? Nein, oder? Nein. Ah, habe ich schon gedacht. Fuck. That Hook. That Hook. Ja, ich weiss! That Hook, Alter! That Hook! That Hook! That Hook! That Hook! Badass! 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 Hey, pass auf! Ich will die! Okay, gut. Mach einfach. Ja, Alter! Wie kann die mit ihrem Scheiss bleiben? Na, schon heuer! Ja, aber ich komme mit meinem W auch mega weit. Das Hook! Ja, Alter! Alter, er verbraucht nicht die Wanne mit Minion zu zucken. So, jetzt wir sind ja gleich zurück. Ich habe Minion nicht bekommen, jetzt werden sie live. Wenn sie live, warte mal. Jetzt sind sie schon live. Aha, ich habe meine Raketen angepackt. Wenn die mich drückt. Nein. Wenn die mich drückt! Nicht, oder? Nein! Ja, das Schild hat es auch gebracht. Ja, wie schnell regeneriert sie ihr Schild? Gar nie, ich habe kein Lebensregner gehabt. Oh, der war so schlecht. Ja, ich habe mich getroffen. Ich kann es jetzt weiter. Achtung! Uiuiuiui! LOL! Uiuiuiui! Der tut! Ja, du hast in die Besserung gelandet. Ja, du schwenkst immer, ob er guckt. Au! Au, wenn der Tropfen hat! Uuuu! Aber dann kannst du immer wieder rausgumpen. So! Ja! Ja! Der Jungler ist weg! Ah! Ah! Der Hook! Der Hook! Wenn der Axe gesessen hat! Ja! Ah! Der Jungler! Also der Bot ist gewardet! Gut! Der Bot ist gewardet! 3-2! Hm, kann ich wieder am vorne. Und so hauptmässig. Bot! Woor! Oh lol! Gut, ich habe ihn noch bekommen. Will-Word! Ich habe ihn noch bekommen. Will-Word! Dort! Oh, das ist Müll-Word! Okay, gut! Der ist der! Hast du alle deine Fähigkeiten? Jaaa! Oh, der Dulti! Das ist klar! Ja, das ist einfach klar! Die haben wir jetzt wieder! Ich weiß! Die Angst! Oh! 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 No! Eben, was habe ich gesehen? Riven kannst du nicht brauchen! Hände ich deine geworden? Nein, ich habe mich gesehen. Ey, ey, ey! I got ult! I'm now OP! I can't kill- I can't steal all kills! Sag dich, das ist meine Fahne! Ich kann nicht ... Achtung, ich rachete es gerade. Das Salen hat nicht bekommen. Was? Oups! Yes. Oups, yes! Wenn ich jetzt eigentlich schreie, sag, sag. Hey Karim! Ja, ich bin gerade schlecht, alter. Warte! Hallo! Das ist gewartet! Ja! Alter! Klar! Das hätte ich schreiben können! Ah! Die Fixierübe! Warte! 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 Ska! Wir raten noch kurz! Ja, dann pushen wir die Welle an uns und dann gehen wir hin. Ja, dann gehen wir. Oh, dein Passiv f*** dich. Das R-Mog kalt ein bisschen. Das R-Mog gut. Kann man BF plus Spitzhacki? Nein, für das habe ich 20 noch nicht. Aha, jetzt ist er. Tschüss. Also sicher mal BF, also Riesenschwert. Oh, fast Spitzhacki. Gut, dann kaufen wir noch mehr Kreditschraffer. Also, wir hoffen jetzt noch ein Vorten rein. Blablabla, so das Übliche. Da. Prost. So das Übliche. Jacks Bot. Heisst Gang Bot. Ah nein, Jacks ist ja... ... Drake Ward. F***, ich muss Wards kaufen. Du musst vor allem als erstes Sidestone kaufen, Alter. Das kannst du warden. Nein, nein. Jetzt kaufe ich da zuerst mal. Wards weisst du. Ich weiss wie man Dings spielt. Ich weiss wie man Dings spielt. Ich weiss wie man Dings spielt. Gaggen Drake Ward. Sie haben ihn. Sie haben ihn. Sie haben ihn. Sie haben ihn. Jaa, das kann ich. Oh, 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 oh. Ah. F***. Macht Riven. Jaa, macht Riven. Jaa, macht Riven. Jaa, macht Riven. Jaa, Alter, macht sie. Die macht sie. Hast du gesehen? Jaa, Alter, der war es denn. Der war es denn. Oh, no, no. Hoff ich. Alter, zweite Ulti. Du kannst noch ein wenig damage machen Egal So gut Oh lol Ich warte noch schwindel 15 gold Ich werde dir mal kill machen LOL Ja das ist jetzt nicht so gut Ja das ist jetzt nicht so gut Schon gut Siljanafka Was ist? Siljanafka Ja ich habe gerade zufka umgefallen Weißt du was jetzt mache ich eine Gang Auf bot lane Du musst schauen Er wird OP Weil es neu ist Ok gut sie hält ab Sie weiss es Sie weiss es was ich vor hatte Sie hat mit Tarkos Mit Tarkspit OP Mit Fook Fook OP Oh Das Tropfen hat Ich habe das Minion kaputtgepokert Ich habe das Minion kaputtgepokert Oh Ich habe immer noch Minion Halt die Scheissriben Aufhörst Bähme Scheissriben Lieber gut zu spielen Oh lol Ich habe den Kabel auskommens Oh nein Ich habe den Kabel auskommens Oh wie passiert es? Alter pass auf Kann ich hier rein gehen? Ja Aber rein kann es schon Aber Die Frage ist auch ob es nicht Also nichts für die Ja Alter Aha Das passiert wenn wir Worte Ja Ich habe noch zwei Tränke Also Die kann noch Hugs Die kann noch Verlangsamen Und die kann noch ein paar Tränen Du bist langsamer Erschöpfen Aha ja Du bist nicht nur für langsamer Ja du bist nicht nur für langsamer So f*** dich So f*** dich Lol Wie habe ich den Kiel noch bekommen? Komm den Tower Mögen wir Ha War War OP War OP Oh fuck ich glaube 6 von Aber den Tower Mögen wir gleich Ok gut Check mit dir Metti Interessiert mich 5 Silien Hat wenig Likes Kann ich Ulti reinhauen? Nein 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 Komm jetzt Komm jetzt Nein warte Ulti 3 Kills Okay F*** jetzt Mögen wir Komm mit Sniperino Komm mit Komm mit Komm mit Woll ja 2000 Jax Jax ist zurück Wolle 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 Okay gut Warte ich komme Kannst du unten haben wo du fluchst Oh oh Ah verkippt der Gott meins Ja mehr Ha Also ich muss Ah warte ich habe noch Eel im Notfall Ja ja Mö 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 Wolle Blitz und Jinx OP Es ist die Fall Ja Geh wir machen OP Botlane Mögen wir neue Serie OP Botlane Oh lol F*** dich Yes Oh Hatte Heel Oh Heel Oh Woll Danke für den Grabup Ich bin tot Wuuu 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 Hatte Heel eine neue Idee Heel Er kann einfach Bomben Er kann ihn rühren Und wenn er zwei trifft Dann Ja aber das ist nur dumme Also Flächenschade Das ist Aha stimmt Das war noch nie Flächenschade Stimmt Er ist voll egal Lol Die Riven Haha Was macht ihr die Dame Kein Ah 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 lol Ist wieder ein Low Zillion Ah lol Habe ich meine Ulti selber abgebrochen Ok gut Warte Du hast den Zillion Ey Bot Hä wieso kann ich Lol Nole Komma geh haugen Ich werde mit euch ein Bomben aufzenden Ey但是 Ey Bot Weisst du ja Ich snipe einfach mal Ich snipe einfach mal Lol ok Dann habe ich gesnipet Ah Bot Ok Ich konnte Der Tower schützt glaub ich Ja der Tower schützt glaub ich es Ja Ersicht du magst grad jemand grüben Der Gegner hat einen Schiff geschütt, das gehört alles zum Plan, den ich nicht gefunden habe. Darf ich wieder checken? Nimm ihn! Oh oh, oh oh, geh weg! Ja. Wenn man den könnte drappen. Okay, nein. Nein, nein komm, wir müssen gehen. Wir müssen gehen, gehen farmen. Okay nein, Riven ist auch rum. Oh, Drake! Drake ist ab. Ach komm schon. Was soll schon schief gehen? Dammit der Quader. Ja, perfekt! Lol. Ja, Borte war hier. Oh my god! Ich habe nur die besten Absichten. Hey Leute. Oh. Fuck, Alter, wird er ganz voll hier vorne. Okay, das kommt. Oh, oh. Oh. Oh, was für ein Bastard. Oh, oh, oh. Ich. Nicht mit uns. Und ich hätte ihn hucken können. Nicht mit uns. Also ich bin aus dem Fight, ich bin ziemlich low. Oh. Okay. Fertil. Okay, na. Gut. Stopp. Bleib hier du kleiner Wichsi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wir sind auch Babos. Und jetzt in Druid. Ja, mit mir. So heal. Äh, so. Heal, Alter. So heal. Eben. Blitz, Tristana OP. Blitz, Jinx OP. Gut. Wir werden noch weitere Blitze, irgendetwas rausfinden, was OP ist. Und gegen Sie. Oh, man sieht gut. Oh, man sieht gut. Oh, man sieht gut. Gut, viel Spass. Ich gehe vorne. Einfach alle. Fork you. Die Welt der Beweglichkeit. Hopp. Schneller. Okay. Wir müssen mal extra pushen da. Ey. Mittlerweile sollte ich einfach rum. Oh, schauen wir, ob wir Blitz haben. Ja. Oh, Blitz geht nicht. Warte, ich denke nach. Okay, ich bin fertig. Ich bin fertig. Er kommt mehr. Nein. Lo. Gut, du gehörst ihn. Hä? Wieso kann der so viel Leben machen? Was für ein Wichser, ey. Oh mein Gott! Äh, Flanken 90! Ah, nicht gesagt. Oh, die Versorgung. Oh nein, das ist ein Antifazier. Oh, acht und Jörg! So, was machen wir jetzt hier? Okay, gut. Ich hab ihn nicht gesagt. Das ist ein DC-Rot-Portal. Okay, gut. Ich muss ihn auf die Tür. Ich muss ihn auf die Tür, aber ich muss ihn auf die Tür. Das ist das. Nein! Nein, Mann! Oh, was ist das? Oh, fuck. Ich kann ihn ziehen und dann kann man ihn wegrotzen. Der ist mir noch eine Kill-Schuldig. Der ist nicht drin. Der Wixer! Nein! Ich muss einen raushaken, der ist tot. Blindhook! Blindhook! Das kann ich pushen. Mit mir. Also mit den Pflanzen. Ei, ei, ei. Ah, du bist schnell. Oh, oh! Gehen weg, ja. Oh, ich weiß nicht. Ich habe keinen Mann mehr. Also, ich gehe nicht mehr. Ich bin alle einfach auf mich. Ich habe es rausgepflanzen. Schau, wie sie mich immer kümmern. Es hat mir zurückgebrochen. Oder, gell? Ehm, danke, Pflanzen, gell? Danke, gell? Ja! Alter, ist es nicht. Ja, komm, ich taue! Ja, komm, ich taue! Loll! Der Heka! Ja, ja, wir bleiben ja da! Da, Basha! Ja! Nein! Crap! Das ist mir nicht passiert. Ah, ja! Ah! Oh, bin legendär geworden. Ah, oh, oh! Ah, oh, oh! Oh, thank you! Was ist dein Gewee? Ah, ja! Mit den Pöcklingern. Ah, ja, mit den Raketen. Wollt ihr den Ptaschaten? Hm, nicht zu geädi werden. Eben, nicht zu geädi werden. Eben, nicht zu geädi werden wie ich, Alter. Alter, ich bin total greedy geworden. Really? Greedy, Alter, ich bin total greedy. Ich bin als beidersteig. I wanna run away! Ich habe schon gleich drei Eintenswert. Aber mit den Schuhen habe ich schon drei Eintenswert. Copyright, du! Ja, Copyright! Das darf man nicht verletzen! Was macht der? Blöd, Mann! Ja, Alter! Da kommt Drake in 40 Sekunden! Oh, in 40 Sekunden! Hei, du musst nicht den Drake rotieren! Zuerst machen wir noch ein Penta. Also gut. Zuerst machen wir noch ein Penta. Ja, weisst du was? Oh, fuck! Das ist natürlich ein wenig dich. Ich bin nicht so egoist. Ich komme! Alter, lass nicht von mir! Weg dich! Hucken! Hucken! Wann muss ich hucken? Hehehehe! Oh, das macht auch jemand! Oh, das macht auch jemand! Du plant! Ja! Plant! Aber ich habe noch nicht aufgehängt! Ja, gut. Wir haben nur mit Doppel den Atalakias oder nicht? Oh, fuck! Achtet, da ist Yori! Best Skill Shot ever! Ich hätte sogar vielleicht... Treffen! Ja! 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 Gehen wir das rausnehmen! Ich muss mich auch mit dem Weg machen! Jetzt! Oh! Was ist das für ein Split Potion? Hier, Krippe! Oh, Krippe! Du musst nicht schaden! Hier! Hier! Jetzt gehen wir gleich die Checks holen! Okay! Kommen! Drecks ist wahrscheinlich da! Jawohl! Wir sollten lieber mit! Hier! Arter! Was macht Riven? Arter! Riven! Und? Sie hat den Wall Chomp geschafft! Er hat den Wall Chomp geschafft! Ja, sorry! Ich weiss zwar, dass er... Er ist ja... Ja, egal! Er ist ja egal! Er ist ja... 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 Das macht der Hacker in! Er blöde! Oh! Shit! Go! Alter! Was machen die? Ja! Alter! Fahr ab! Das sind einfach alle! Ja! Ich könnte ihn nicht mehr schlafen! Ich könnte ihn nicht mehr schlafen! Ich könnte ihn nicht mehr schlafen! Komm da! Komm da! Nein, 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 nein! Ja, vor allem. Einmal ich will! Oh! Shit! Shit! Ah! Ich bin nicht mehr! mehr 9 Prozent der Auslösung und die Alter Scheiss Zillion, ich hab's gehört, wie du gelacht hast. Ich? Nein, der Zillion. Ich hab's versucht. Urwerke von deinem Gelacht. Ich sollte dich noch nicht tun. Ja! Alter, mach den! Scheiss! Mach den! Ja! Alter, passt auf! Verrascht den schon an meinem Tower! Ja, f*** dich! BAM, f*** dich! Ja! Alter! Ja! Ja! Ja, kein einziger Outattack durch mich! Kein einziger Outattack nicht durch mich! Ja! 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 Woh! Blitz! Blitz! Ich hab's gehört! Ich hab's gehört! Das ist die ganze Zeit! Ich will mit Jacks fokussen. Ja, das müssen wir. Aber zuerst müssen wir diese ADC und so ziehen sie nicht. Nein, Jacks ist am Ende. Oh, trappen! Okay, nicht treffen. Ja, ich kann da nicht. Was? Ich kann da hinten warten, weißt du? Ganz einfach. Ganz easy. Ganz easy. Ganz easy. Ganz easy. Alter, was machst du mit Solo-Live? Ja, eigentlich könnte ich schon gehen. Michi auch. Äh, Plans. Ich brauche noch 800 Gold. Ich glaube, wir haben jetzt schon den Jonathan. Wir müssen den Schlot zurückpusten. Aber 800, da kann ich keinen Hupen. Danke. Dann möchte ich den Jax probieren. Nein! Der hat wieder Belabung! Das ist total Wombo-Combo. So, I'm down. I'm down. I'm down. Ah, das hat so gut angefangen. Und... Jax... Okay, gut. Scheiße, Mann! Wie ist es gestanden? 20-0! Jetzt steht 23-20! Scheiße! 6 hat zwar das 9 zu 5. Aber... Jetzt kannst du bleiben. Und... Wir haben keinen einzigen Tank. Nein! Du baust RP oder Tank? Tank! Aber kommen wir nicht zu Geld, wie ich Supporter bin? Nein! Nein! Falsche Tast! Was machst du? Oh, das wollte ich machen. Oh, das wollte ich machen. Oh, warte! Bin ich dergesehen, wo warte? Nein, schau. Dengst! Dengst! Bote rausgegangen! Oh, da kommt ein Zekt direkt zum... So ist es vielleicht mal da. Ah Ah Drake Ah 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 Drake Ah 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 Jetzt bin ich aber da Ah schade Pflanzen Alter Jax Das ist total Alter Ja okay, jetzt pusht einen mit Und dann ist es Ja Harte Wenn ich grabe, kommen alle anderen auch hier So So Bleib bei mir Das bringt nichts Das bringt Nichts mehr Ah Auf der Lane Sind wir gut gewesen Ja Ich habe schon alles gegen dir, die machen mich Sonst alle machen mich sogar kaputt Ja Ja Ich mache die Baron Ich mache Baron Ja 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 Das hat nicht funktioniert Ich bin Baron Noch nicht Ich bin da aufgefangen Ja Yorick kommt Nein, die Yorick kommt nicht Nein Nein, das wäre so schön gewesen Der Hook Okay, jetzt müssen wir einfach Mitte durchpushen Mitte Ich gehe gut öffnen Wie lange haben sie zum Weisboden Wie lange haben sie zum Weisboden Nicht lang Ich werde Nicht lang Ich werde Warte, willst du mich verarschen? Ja, tschüss Wolltest du mich verarschen? Ja, tschüss Wolltest du mich verarschen? Nein Nein Okay, da hat er brutal outplayed Ey, Scheisse Boah Alter Wie ist es gestanden? Die drei das Einfach Ich so sehr wie man kann gut setzen Das ist His Pott Passauf Stealth Die Spawnen Das gehört alles Zum Č Okay Ok, der steht. Ich habe genug früh gewartet. 3 Sekunden zuvor. Ok, passt auf. Warte! Drümmen ist lebensmüde. Lebensmüde! Ok, Jax hat Ulti benutzt. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich bin so ein Schuss. Oh, was ist der? Ich bin so ein Schuss. F**k, er hat ein bisschen geholfen. Was ist das? Ja. Oh, er hat ein Flash-Ponet. F**k, sie haben den Quanneten. Ja, sie haben den Quanneten. Ja, sie haben den Quanneten. Okay. Okay. Ja, ich glaube, die haben den viel stärker zu sein als mehr. Oder wir spielen einfach total unkord. Oh, noch eine Stunde gelassen. Bring dich Huggeln. Das ist schon schön, wenn sie auf dir oben hast. Weißt du, wir müssen einfach einen einzigen richtig guten Teamfight haben. Ja, gegen mich. Ja. 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 Hahaha Uh oh Okay, Dorian ist auch da Jetzt sind wir noch nicht zu weit Ja, jetzt könnt ihr die einfach gut finishen Ah, das ist mein Team Uh oh Oh, jetzt haben wir euch den Hut Ja, Br problème Genau Genau Ja B этих Führung und setze das ZZ-Draht-Pot. Hoffnung, es hat genügend Radius. Ja! Es hat genügend Radius. Greif an! Ja! Es geht! Ey, jetzt müssen wir mich pushen. Oh shit! Oh shit, bin ich los. GON! Ja, weg dich! Gute Huck, ich sehe. Da kann man mich gebrauchen. Zilean, nur noch. Ja, und jetzt? Geh weg! Oh! Jax-Hund! Ich hab's richtig cool! Da musst du die Shit zu tun. Uh oh! Uh oh! Ich mache das Comeback! Einfach One-Hit, Alter! Jetzt müssen wir alle Back, Alter! Ja, wie du würdest Back haben? Äh, bin auch schon Back, einfach ähm... Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Let's grab! Ja, Alter! Hey! Report for Flame! Dizzy! Alter Top-Lane! He? 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 Nein! Geh jetzt nicht vorne! Ja! Einhib-Schütze! I know! Top! Top! Die machen Barron! Die machen Barron! Die machen Dutzig Barron! Ja, nein, nein, nein! Geh jetzt nicht! Und wie die Barron machen, Alter, ist doch klar! Und ich spore jetzt Sporen für Ulti! Ja! Ah, dann können wir mir helfen! Ja, das kann man auch gleich mal aufhören! Boah! Gut, die... Die einen fährt schon! Gut, du hast keine Chance mehr gegen die! Keine Chance! LOL! What the... Ich bin wieder wach jetzt! Die machen dich so fertig! Ich bin guter und pro! Boom und tschüss! Ja, die haben sich jetzt finish! Boah! Check! Mach! Du fiel denn, man! GG! Bb! GG! Also, ciao!